Hallo und willkommen zurück zu GTA 5 Story Mode und wir sind zurück hier mit Michael. Ich weiß nicht warum ich hier gespawnt bin, weil ich habe gerade die Kampagne hier gestartet und auf einmal spawne ich hier. Naja auf jeden Fall waren wir ja letztes Mal stehen geblieben bei Michaels Haus und dann hat ja dann seinen Sohn angerufen. Johnny oder? Ne Johnny glaube ich nicht. Irgendein anderer Name war es auf jeden Fall. Machen wir kurz hier das Radio aus. Nervig und Copyright geklemmt. Ähm auf jeden Fall müssen wir die Yacht, die er verkaufen wollte, wieder holen, weil die wurde gestohlen. Ach man, was macht denn mein Sohn immer wieder? Ist ja schlimm. Muss ich ihn wieder retten. Ich kann eigentlich, warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben ja direkt hier um die Ecke einen Waffenladen. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Kann ich das irgendwo sehen? Ne, anscheinend nicht. Muss wirklich dann im Laden gucken, wie viel Geld ich habe. Naja Gangsters. Ja, ganz ruhig. Okay, ich habe 7.860. Dann würde ich erstmal mir hier so eine LK holen. Größeres Magazin. Scheidämpfer wäre auch nicht schlecht. Jo, das ist doch. Jawohl. Haben wir direkt. Warte mal. Ich könnte ihn jetzt ausroben. Ne, ne, lass mal, lass mal. Ich werde jetzt hier keine Scheiße bauen. Michael wird mir bauen lieber keine Scheiße. Wir fahren jetzt weiter. Wir haben jetzt uns eine neue Waffe geholt, damit wir ein bisschen besser ausgerüstet sind. Weil mit unserer Einsteigerpistole, da kann man nichts für anrichten. Da ist ein Sturmgewehr, wie eine AK-47, natürlich dreimal besser. Deswegen nehmen wir auch sowas. Oh Gott, Michael. Bist du getrunken oder was? So kannst du doch nicht fahren. Aieieie. Da werden die Kops ja schneller da sein, als du denkst. Meine Güte. So, jetzt hier um die Kurve. Ganz ruhig. Ey, ruhig, ruhig, ruhig. Wir müssen ja zurück zu seinem Haus. Ich weiß nicht, ob das letzte Mal gespeichert hat. Das werden wir gleich erfahren. Wenn nicht, dann schneide ich das raus. Und dann, äh, ja, sehen wir uns gleich wieder. Also wenn's nicht gespeichert hat. Aber es sieht so aus, als hätte es nicht gespeichert. Oh, warum hab ich denn noch eine Pistole in der Hand? Ähm, ja, es hat nicht gespeichert. Ich kann auch nicht mal überspringen. Also, bis gleich. Ah, jetzt hat's gespeichert. Gut, ähm, am besten wir speichern nochmal extra. Schnell speichern kann ich gar nicht. Oh, schade. Wir müssen jetzt die ganze Mission fertig spielen. Und mit speichern. So. Dann let's go. Schade. Schade. Things that desperate, huh? Nah, but, you know, shit, I was making a point. Mythologizing self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. There's somewhere on the western highway. Man, ain't your word? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. Tch, all right, home. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Really? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper-wearing motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parroting issues entail. Oh, Tchbein mag hier irgendwie. So, Tch und... Oh, oh, da ist ja direkt. So, Tch und... Die Schüterbeziehung. So, dat boat kriegen wir. Bring mir Franklin nah an die Yacht. Warte. Hier ist viel zu viel Verkehr. Warte, warte, warte. So, ran da jetzt, Franklin. Du kannst jetzt ran! Muss ich wechseln oder so? Ich glaube ich muss gleich wechseln, warte mal. Höh? Alter, was hast du getan? Okay, ich muss glaube dann wechseln. Das hat mir aber auch gesagt. So, dann noch mal Rink, Franklin, 9, D8. Aber es steht da nicht immer was ich dann machen muss. Ja, meine Güte ist das beschissen gemacht. Du hast einen Haufen Verkehr, während Franklin erstmal da rumklettert. Ich tippe. Was ist denn das? Sorry, dass ich jetzt so verkacke. Jetzt habe ich kurz die andere Spur genommen. Aber hier können wir ja direkt wechseln. Wir sind jetzt auch näher dran. Frank, beeil dich doch mal. Ich bin mal ein bisschen damsamer. Ihr merkt ja, was das für ein Verkehr ist. Was? Bruder, was soll ich da auch machen? Die fahren wie Idioten. Sorry. So. Ich komme jetzt halt still. Nee, da kann ich auch nichts machen. Siehste? Okay. So, jetzt können wir glaube ich wechseln. Oder? Nee, kann ich nicht. Du musst die Kinokamera gucken. Aber die verprügeln sich da jetzt erstmal gegenseitig. Wie komme ich da jetzt rüber? Hallo? Schieß den Dieben. Äh. Habe ich ihn? Ja. Ich dachte schön, ich habe Franklin erschossen. mir ist già da. Ich gebe mal die Dilerschaft. Frauen. Ja, das ist eine lange Geschichte, Bro. Jimmy. Junge. Jenny, Ontario. orious, Miami. Nee. Ja, ich werde auf dem Punkt jederagt. girl. Das ist ja neu. Ich werde auf dem Punkt jederagt. Michael, bist du hinverkontest. Jahr, stoann. Oh, das versatile, ich werde за plano. Komm jetzt ran hier. Jawohl, ich hab ihn. Also was der da auch probiert hat, echt, das ist so dumm. Komm ran jetzt hier. Wird sie weg jetzt hier. Oder müssen wir noch die Yacht kriegen? Ach, wir müssen noch die Yacht kriegen. Ich wollte jetzt schon wegfahren. Nein. Motorschaden. Begebt dich zu, Los Santos Customs. Ja, okay. Da waren wir ja letztes Mal schon. Obwohl, nein, das war ein GTA Online, stimmt. Ob der gar nicht mehr. Nein, es ist nicht das. Es ist... All wir tun, ist zu schreien. No, ich kann nicht ein Job haben. Es ist alles dein fucking Fault. Oder es ist nicht, aber es ist Partly dein Fault. Ich... Ich möchte dich nur empfehlen. By selling mein Boot zu irgendwelchen Gangbangers? Ich weiß, es ist dumm, wenn du es so sagen willst. Aber all du tun ist, dass du dich schreitst oder schreitst. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, would you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader! I'll get it done, dawg. No problem. Dad! Enough! All right? Enough! Franklin, do me a favor. Call me a taxi, will ya? Sure thing, man. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs. By the airport. All right, thanks. Thank you. Hey, so you, uh, do months yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. Nah, not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have any other people to go with. Hey, you gotta look out, dawg. I like looking at it. Looking? Yeah. Now I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. It didn't clear my head, you know? Let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit to fear your time. Dream of the dreams, man. Yeah, sure. Whatever. Let this end machine don't die, don't you? I know this dude, man. His name Howe. He gonna look after me. All right, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? So you sure you're good? Yeah, I got this. All right. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man. And drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, all right? All right. Listen, thanks for today. Appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? Sure, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah, come on, man, let's trick this whip, homie. So. Dann reparieren wir die Scheiße hier mal. Obst du mal das Radio wieder ausmachen? Gut, erstmal reparieren. Oh, viel schöner. Ja, ich bin bis an einer Rackierung gekommen. Ziemlich hässig, das Auto. Chrom, klassisch. Boah, das ist eine hässige Farm. Matt. Oh, ja, so ein Pink, Alter. Gelb, orange. Oh, das sieht geil aus. Ja, so bin ich zufrieden. Zwar jetzt nicht das ganze Geld bitte ausgeben. Also, das wäre nicht so geil. Brauche ich bestimmt auch noch für die Kampagne. So, begib dich zu Michaels Haus. Und jetzt noch mal die Karre richtig wegballern. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. All the credit for our God. The home invaded. You know what, call me what you like, man. Yeah, I'm, no, I mean, sure. Jimmy, ain't it? Or James? Jimmy? Or just like, Jizzle? Nah, man, I'll just stick with Jimmy, homie. So, uh, what's the deal, man? Huh? You and my old man, I see you at the dealership, and someone steals my whip, and Pop is all like, he's been down there to talk to you guys. Yo, Pop's did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired, like, fully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he's... Shit! Hit me! He saved your ass. You saved my ass. Nah, nah, man. Well, well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done we couldn't do separately. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost to your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn. What's wrong with you? Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I, uh, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the day has just kind of disappeared. Hey, you play right to slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or, or we could just, like, chop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude. I get real crazy. Yeah, I got your number shit. I need it, man. But, uh, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog. All right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Peace. Hey. Bestanden. Vater und Sohn. Und, so der Vater, so der Sohn. Okay, nee. So, das ist nicht richtig. Ja, warte mal. Yo, Fie. Nee, warte mal. Das muss ich anders aussprechen. Yo, ich habe mal hier live von Vater eingeladen. Nee, Mann, wir können abhängen. Kannst du mich jederzeit anrufen, Bruder? Jederzeit. Dann holen wir auf die Kacke. Bis dann. Jizzle. Gut. Helfen wir nur mal ex an. So, kurz mal. Franklin. Was's up, bro? You good? Yeah, um, Trill. Trill, homie. How's your day? Yeah, um, fine, I guess. I mean, he should be, right? He got you to help him out with stuff. I mean, I don't really see what he's adding in this partnership. Hey, look, bro. Man, I don't want to say too much on his phone, but things ain't good, where I'm from, man. You know, ain't no glamour like you thinkin' and, uh, man, I'm sick of putting myself out, man, and not getting paid, homie. Now your dad, he seemed like a dude who put himself out, man, and got something to show for it. So I'm hoping some of that shine rub off on me, man. You feel me? Did you just say the streets are tough and it's tough if you're like a good man in a bad world? Oh, I share your pain, homie. For real. Homies for life. Yeah, man, I gotta go. Oh, nice conversation, too, here. Ähm, where do you need to go home? That would I never know. What's then? Where do you need to go there, probably? Ah, yeah. That is, I think, right, his home. His Unterschrumpf. Wie da drauf steht. So, dann nehmen wir jetzt, äh, Michaels, äh, geklaute Karre, die er ja hier mitgenommen hat. Oh, man, ich fühl mich irgendwie schlecht. Es ist immer noch geil, dass man hier die Charaktere so, in der Story die ganze Zeit wechselt. Ich frag mich aber, was ist mit Trevor? Also, er hat's ja überlebt. Wir haben's irgendwie alle überlebt, Michael irgendwie auch. Keine Ahnung. Der hat, äh, einen Cyberschuss in seinen Körper bekommen. Ich weiß nicht, wie man das überlebt. Aber okay. Ähm, aber was mit Trevor? Wo ist der hin? Ich möchte gerne ihn mal richtig sehen. Doch bisher sehe ich nur Franklin und Michael. Naja, vielleicht kommt das dann noch. Das hoffe ich auf jeden Fall. So. Ja, ganz wie ein smoother Boy. Durch die Straßen cruisen. Boah, ich muss jetzt richtig, wie so ein, so ein Asireen. Boah, ey, du, Rudi. Hab mir ne neue Karre geholt. Es ist, äh, V8 Motor, Doppelvergaser und, äh, Audi R3 ist es. Boah, der war so teuer. Über 10K. Ey, oder, äh, Alter, dafür musste ich meine Pankos raus. Dafür musste ich ein bisschen Money Hive spielen. So. Wat? Wat für die Schlampe hier von mir? Was willst du? Was ist, äh, Tanya? Ain't nothin' wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smokin'. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm sayin'? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm sayin'? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about touring cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'm gonna show you. Come on. Alright, then. Shit. Show him everything. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Begib dich zum Abschubwagen. Ich muss jetzt von irgendeinem Truller hier den Wagen... Ja, warte doch mal. Den Wagen von JP holen. Okay. Komm rein, du Schlampe. Alright, shit, where we go? Trucks at the Davis Sheriff's Impound. Oh, man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, Boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl, come on. Ach, hier rein. Ah, da ist es ja. Let's go bring the cha-ching, homie. So, und dann verkaufen wir das Fahrzeug einfach. Ja, so kann man auch Geld verdienen. Zumindest ist sie keine Dronendealer im Brennen mehr. Aber sie ist halt immer noch eine Bitch. Muss ich ehrlich sagen. Sie sieht halt wirklich aus wie so eine Bitch. Geh doch aus dem Weg, du alte Truller. Vehicle 29, come in. This is Dispatch. We got an abandoned car in San Andreas Avenue. Yo, we on that like ugly on your... Like ugly on your mama. 10-9, come again? I didn't catch that. It's Tonya fool and my boy Franklin. We filling in for JB. Uh, copy that. Hi, Tonya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, yo gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tonya. What the fuck happened to you? Gib dich zu dem herrenlosen Auto. Oh, das wird wieder lecker geht. Geben. Aber nicht für die... Aber nicht für die... Aber nicht für die Tante ist das Geld, sondern für mir. Okay, ich kann den Kran geben. Ja, ja, ganz ruhig. Hört gleich. So. Jetzt, äh, das Teil runter. So, Abschleppplatz. Wo ist der denn? I ain't seen you around the hood much. I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Ew, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dopehead. Shit changes. You the one all turfed up. JB's smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real? Because I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Jesus. Damit willkommen zum Abschleppwagensimulator 2023. Ich hab mich grad verschluckt. So, und den gleichen Ort. Okay, wir machen den Ort, wo sie die Bereiche bemerkt haben. Sie werden wirklich feinig, wenn wir sie nicht in den richtigen Ort verlassen. Der, der gleiche Ort, wo der Abschleppwagen war. Abschlepp, ähm, genau. Doch, ist schon richtig, was ich gesagt hab. Ja, haben wir das auch geschafft. Ein Gefallen im Schlepptau. Neuer Kontakt, Tonja, kann ich die erschließen, bitte? Die sieht echt hässlich aus. Stirb, du alte Bitch. Oh, fuck, ich hab keine Muni mehr. Fuck, was fahr ich jetzt? Ah, hier. Scheiße, jetzt hab ich zwei Sterne. Ja. Kacke. Komm, mach auf. Nein, Copyright. So. Ich war nie hier, ich musste nur kurz was klären. Sie ist nicht mal gestorben. Aber vielleicht lag das auch daran, dass ich fünfmal verfehlt hab. Ich kann jetzt zwei Missionen auswählen. Zuerst mal Franklin oder Michael. Aber weil wir grad mit Franklin spielen, will ich halt auch die Franklin Mission machen. Und ich glaub, ich kann mit Franklin Mission machen, weil ich grad Franklin spiele. Und die Cops sind immer noch in dem Meer. Mein, die Bullen. Die wollen mich nicht in Ruhe lassen. Ah, jetzt. Gut. Passt ja. Stopp. So. Hab nach Hause. Oh, ich hab immer noch die Knalle. Komm. So. Aber du, 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 wie das Gud macht. Aber du, wie warst du? Ich habe keine Ahnung, wie du köst. Ich habe keine Ahnung, wie du köst. Auch ich köst. Das ist die Wahrheit. Aber, girl, ich habe all das K全st. Aber du, wie du, wie die Flüsse sind. Uh, wait a minute. Oh, girl. Oh, hey, how much further? We ain't even gone five yards yet. Okay, I know, I'm just asking. This is spirit walking. Exercises body and soul. It's all the rage. We are women and we are free. Free in the range of security. We are women, you're my pain. We are women, you're our shit. We are women, we are our shit. Damn. Ay, ay, ay. Is that your auntie? Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to... Ay, ay, don't be talking shit about your auntie, man. She got... I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come where? We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk and talk at the same time, my nigga. Why the fuck we can't drive? Around the block, with Chop? You need to walk with your fat ass. Yeah, okay, you tall, linky son of a bitch. Aww, dude, die sind schön bunt, um. For sure, but what you got up? Come on, homie. You worse than Chopped. Sorry. Sorry. Kidnapping fool, that clown D, that OG fool from Ballers. Dog, I told you, no more gangbanging retro vengeance bullshit. I'm trying to make some fucking paper. You're gonna make some paper, Lowe. And ain't nobody out of here gangbanging. It just look like that. You gotta know the difference, man. Fuck, man, great. Hey, my aunt would be very happy, homie. She wants me dead anyway, so she can get the fucking house. I told you to quit talking shit about your auntie loco. That's my bitch. I'm just fucking with you. I'm just fucking with you. You driving? I never knew you would eat a french fry like that. Check in the delivery wagon. What's delivery we then? Get in the van, Chopped. Get in the van. Good dog. Alright, get me up later, boo boo. Get the chicks, get the libra. Get the chicks, 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 get the chicks. Untertitelung. BR 2018